Keine traurigen Gesichter heute bitte. Das wird für die Ewigkeit festgehalten. Alles klar, vielen Dank. Wo fahren wir heute hin? Nach Kochen? Freust dich? Ja, dann ja. Schön, dann wäre ich ja nicht hier. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Lavendel. Lecker. Von das habe ich hier noch. Ich will nur eine Untun. Ich kann es nicht. Das wird echt cool. Wir gehen noch ganz nach oben. Ja, sicher. Ja. Wir hätten, glaube ich, drei Tage gedauert mit der B-Müllbahn. Hast du dir das erträumt? Ja. Ja. Nee, aber so schön. Wenn man ja hier das andere da alles sieht. Ja, ich freue mich. Die Schönheit will auch mit drauf. Super. Ja. Let's go. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020